so hier ist noch redstone redstone ist auch gut das haben wir noch gar nicht halt seit die diaries aus dem blick verloren hier alles klar kommen die pilze weg das kann weg knochen können weg diamanten wow richtig viele sogar sechs stück sehr gut da kann man auf jeden fall nicht meckern ich wollte jetzt eigentlich noch durch aber ich trau mich nicht durch die lava fühlte ich mich etwas gehemmt also darum geht es noch weiter ein bisschen lava da ist noch ein zombie noch ein creeper da brennt irgendwo ein skelett ich sehe es schon dass wir wieder in der lava landen ist noch ein mini zombie ja instant gespawnt also noch mehr diamanten ja genau zwölf millionen creeper ok wir gehen jetzt zu dem skelett da der hat nämlich dia ist heute im angebot man blöde es ist ja fast tot hoch erstmal so in sicherheit scheiße wir haben nichts mehr zu essen gar nichts so hunger krass heftig sind wir erstmal vergiftet und ich würde sagen wir warten mal ab da ist man sich hinsetzen so in der zeit hallo wir müssen auf jeden fall gucken dass wir jetzt ist das wieder voll ja das ist mal der nachteil am verrotteten fleisch ich würde einfach mal sagen wir schnappen uns die diamanten die wir hier gesehen hatten und dann machen wir uns hier ganz schnell wieder vom acker da quasi der creeper so ist knapp knapp wir sind ja voll in der sackgasse äh nein gibt's doch nicht wo waren denn jetzt hier da sind die restlichen fackeln müssen wir mal gucken ich würde sagen wir graben uns einfach mal gerade ja schön doll ich würde sagen wir graben uns dann direkt nach oben so so dass auch wirklich nichts schief gehen kann so der war safe ich glaube der nicht aber den kriegen wir trotzdem und auch den kriegen wir trotzdem sehr schön da ist noch ein creeper ich würde sagen wir machen jetzt hier nach oben so alter ist das dunkel die ganze zeit suchst du eine höhle wie so ein blöder und jetzt hast du eine so dicke überlebensmusik mit spinnen ich glaube die spinnen augen konnte man auch essen hier ist noch gold das nehmen wir auch mit so ich habe ich gesehen scheiß creeper typ ey so hammer wo wenn man einen kleinen ruckler drin gehabt noch ein ruckler und noch ein ruckler hallo reicht jetzt da sind noch creeper wieso ruckelt denn das jetzt auf einmal so verdammt so sekunde keine ahnung woran das liegt ich hasse es gerade jetzt und tschüss so hier kommen uns jetzt nach oben einfach mal straight nach oben kann uns nichts passieren also hoffe ich zumindest ich weiß es ist jetzt auch nicht unbedingt so die spannende art hier aus dieser höhle zu entkommen aber aufgrund unseres hungers war das einfach mal scheiße wir haben noch ein bisschen kohle nehmen wir aber auch nicht alles mit nur so ein bisschen was halt so auf dem weg liegt hallo so überall höre ich Zombies aber die Hürde alter haben wir keinen platz mehr für kohle so jetzt haben wir wieder Platz für kohle Eisen haben wir auch noch ein bisschen kann ja nicht schaden und ich würde mich würde jetzt mal wirklich interessieren wo wir denn rauskommen so noch ein bisschen unsere Hungerleiste füllen das sieht echt mau aus bei uns gerade dieser Hunger aber ich habe da jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht mit gerechnet vielleicht sollten wir uns dann auch primär auch um um ein Weizenfeld kümmern damit wir dann immer mal ein paar Brote so bei haben weil Brote sind so schon ganz praktisch wo ich das ja alles ein bisschen anders vor hatte aber ich denke mal wir können das wieder so machen wie in der ersten Season dass wir uns so provisorisch so ein kleines Feld erstellen erstellen machen ich glaube das war in die Richtung hier so hier ist der Ausgang hier dann machen wir das mal so ja kommt mal alle schön hier duschen so natürlich sind wir jetzt hier schön in die Falle getappt so wie machen wir das jetzt am dümmsten warten dass die Sonne aufgeht die geht ja jetzt quasi gleich auf oder wir kämpfen uns den Weg einfach frei oder wir springen so ins Wasser und laufen davon wo ich ja die Zombies gerne noch pillen würde so dann mal gleich nochmal ein bisschen Sand oder auch nicht weil unser Eventarwein wieder voll ist legt mir den scheiß Knochen her so ich würde sagen wir nehmen mal die Erde also diese Ruckler geben wir gerade tierisch auf den Senkel aber gut da ist noch ein Skelett ich wollte gerade sagen warum brennst du denn nicht so und wir ruckeln uns mal schnell nach Hause ich habe keine Ahnung was da gerade los ist geht mir auch gerade voll auf den Sack werde ich mich auf jeden Fall dann gleich drum kümmern wenn die Folge beendet wird ist war kann muss wenn die Folge vorbei ist so jetzt hab das hab ich's was lassen wir hier den Eimer können wir schon mal brauchen obwohl wir uns auch welche craften können den Faden so er ist auf jeden Fall kein Zustand so kotzt mich gerade schon tierisch an aber vielleicht ist die die Festplatte kann eigentlich nicht voll sein ja bei den Terabyte das kann jetzt nicht so sein aber ich werde es ja bestimmt sehen in der nächsten Folge wenn ich dann wieder sage ja die Festplatte war voll wie sind wir denn jetzt hier hochgekommen so 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 und so 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 und dann sind wir hier oben und wollen aber hier unten hin so übers Dach Assassin's Creed Style so legen wir uns mal den ganzen Müll hier ab Diamanten Müll nehmen wir uns mal ein paar Steaks mal wieder was richtiges essen ah schön so gefällt mir das hier haben wir noch ein Hühnchen dann packen wir hier mal das Gold rein packen hier das Eisen rein nehmen hier die Steine raus packen hier den Sand rein und hier ist gar nichts drin hier können wir das restliche Eisen reinpacken halt die Kohle kann ja direkt in den Ofen naja hierfür nicht hierfür so dann haben wir das dann kommt der Kies hier rein dann kommt der Eimer da rein das Akazienholz und so haben wir gar keinen Platz mehr für sehr schön dann nehmen wir die Kiste hier jetzt läuft die da flüssig dieses Spiel verwirrt mich aber aufs höchste aufs äußerste aufs ihr wisst schon so Stein Akazienholz Werkbank kann da rein das behalten wir aber noch so und dann haben wir eigentlich so gesehen alles soweit fertig könnten uns natürlich jetzt noch mal endlich mal ein Diamantschwert machen so und auf jeden Fall auch eine Diamantspitzhacke und dann ja eine Diamantschaufel lohnt sich nicht eine Diamantachse lohnt sich eigentlich auch nicht vor allem da wir auch die Ambitionen haben die zu verbummeln dann schauen wir mal was machen wir denn da am besten ja ich denke mal wir müssen jetzt die Diamanten nicht verschwenden wir müssen uns ja dann auch bei Gelegenheit noch äh sowas wie 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 ich vergess was ich sagen wollte Hammer ach so ein Verzauberungstisch genau hab ich ja völlig verplant so ab in dein Zimmer ja Mama ich geh in die Ecke und beende die Folge die Neujahrs Aufnahme Session die keine Neujahrsaufnahme Session war weil bei mir immer noch der 31.12. ist um 15.25 äh ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal noch einen schönen Tag danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder möchte ich also einschalten Leute dabei sein nochmal frei sein ne bis zur nächsten Folge macht's gut bis denne und ciao ein losen bis zum nächsten Mal